Am besten ist natürlich die Hauptsymptomatik mal zu erörtern und zu besprechen, dazu gehört natürlich dann auch die neurologische Untersuchung, aber prinzipiell einfach einmal alles auf den Tisch bringen, auch wenn es Ängste sind, auch wenn die Stimmung schlecht ist, also das ist alles sehr eng verflochten, einfach was einem beeinträchtigt, was einem neu auffällt, erzählen und dann wird man das gemeinsam erörtern bzw. besprechen und schauen, ob das neurologische Zustandsbild dazu passt. Die Veränderung, die ein Schub bedingt, das merkt der Patient. Also da gibt es ein Hauptsymptom, und das wird er automatisch ansprechen. Zusätzliche schriftliche Symptome würde ich dann besprechen, manches Mal neigt man dann auch zu sehr in den Körper hinein zu hören, man ist zu Beginn oft verunsichert und hier muss man auch aufpassen, dass sich nicht eine Angststörung drauf setzt und das hilft auch im ärztlichen Gespräch zu klären und alles. Ich bin immer dafür, einfach alles ansprechen, alles notieren ist doch problematisch, aber wie gesagt, die Hauptsymptomatik, die kommt von selbst, das gibt der Patient an. Ich als behandelnde Ärztin habe gar kein Problem, wenn sie Angehörige mitnehmen wollen. Also ich finde sie im Gegenteil sogar gut, weil die sind eine Unterstützung, gerade zu Beginn der Erkrankung ist ja alles irgendwie im Chaos und ein Durcheinander. Und hier ist es oft gut, wenn man eine Vertrauensperson an seiner Seite hat, die sich auch manche Sachen oft merkt, die momentan bei dem ganzen Stress und bei den unklaren Symptomen zum Beispiel oft untergegangen sind oder auch emotional ist man ja zum Teil gerade am Anfang überfordert. Und wie gesagt, für mich finde ich es gut und es ist auch für die Patienten oft angenehm. Also ich wahre immer die Intimsphäre von Ihnen, also wenn Sie kommen und Sie dürfen dann entscheiden, ob Sie jemanden mitnehmen oder nicht und vor allem auch wen.